und drück seiner weiteren Fall von dem Wolf mit der Welt 85 wieder und ein kleines Wurf Hallo Yoshi Na wir gehen in den Nettab und stellen die Pumpen auf Ja Yoshi wir müssen noch viel tiefer Na klar äh irgendwo Heiter ist schon mal so ein Netzteil doch gebaut so ein Korb da ok Pump Isolator Isolator Solator Wurf passt da auf mich auf Ja ich passt auf Was ist eine Solardestillation Äh machst du links machst du eine Rest am Fackel noch hier hin Danke So Warum habe ich denn Feuerzeuge in deinem Inventar Ehe gut soweit das Portal gebaut geht Achso stimmt Also Yoshi ich leg dir die Materialien dafür leg ich alle dir in Ähm Äh Ist schon unten Gar nicht So dann warte nochmal kurz Achso das Portal ist aus hier Ne das Portal da drüben Es ist sowieso eine blöden Stelle Du brauchst Eisenplatten Wartest du bitte kurz drüben Warte Eisenplatten brauchst du auch hier Oh Oh Mann Jetzt bin ich schon wieder größenbehindert Einfach in etwas anderes verwandeln Und da alles wird gut Wenn diese größenbehinderung Was denn dann jetzt Nichts gemacht Wer Wer hat denn das Wer war das von euch Wer wurde zu Tode gestochen Niemand das von 1 4 War man Ok Lava wird hineingepunkt Oder der Tank ist voll mit Öl Äh das Scheiße 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 Achso Achso Hölzerne Flüssigkeitsrohr Einer Redstone Motor Immer so geil Äh Gibt's doch nicht Und ein Endertank So Wurf hat sich nicht beschwert Dass das Ding hier Aber leer geht Ja So So Yoshi Das wäre auch Ein Inventor Äh das ist doch Ein Ist ja schon fertig drüben Ja Willst du schon das Öl Äh Äh Ist natürlich jetzt nicht so ganz so produktiv Nein Ob's doch mit Öl betrieben wird Nein Äh Eimer Eimer Wir brauchen Eimer Eender mit dein Öl Eeeh Eeeh Einder wohin Äh, Yoshi, wenn du willst, kannst du schon anfangen, ne? Ich bin grad mit was anderem beschäftigt. Warte mal, wir hätten hier noch... Was? Wir hätten hier noch zwei leere Tenker. Könnten wir vielleicht verwenden, das da ein bisschen mehr rauszuholen, oder? Jo, das kommt man. Na, wie seh ich aus, Animal? Naja. Gibt's schöneres als dich. Ah, okay, jetzt kommt Lava. Ups, war die Tasse? Bin ich nicht hübsch? Gibt's schöneres? Nur ehrlich gemeinte Kommentare. So bist du wohl... Na, was hab ich jetzt hier richtig gehört? Kein Interesse, wie kommen wir das Öl jetzt wieder aus der Dinge raus? Aus der Schmechzerei? Alma. Ah, okay. Das funktioniert tatsächlich auch mit Öl? Nein. Okay, wieso packt ihr das in die Schmechzerei? Wir da. Dann fangt das schon mal an, diese Dinger zu kraften. Ja, bin ich ja schon dabei. Ich muss ja wenigstens ein bisschen Vorlauf haben wegen was Materialien angeht. So, einmal hab ich gemacht, Ford. So, unendlich Lava. Haben wir jetzt hier die Schmechzerei? Ja, es kann ein Wurf schmelzen, was runter gehen. Ja, da kann sie Elektronium herstellen. Solarium. So, wir wollen natürlich das erstmal das Einfachste haben. Dann brauchen wir die Kupferkabel und ein paar Eisenplatten. Also, ein paar Eisenplatten haben wir schon mal. Kupferkabel habe ich noch mal hergestellt. Dafür, dass es sehr früh am Morgen ist, wie ihr da unten sehen könnt, ist es doch ziemlich dunkel bei mir. Ah, ja. Nimm dich dunkel. Wir brauchen viel mehr Platten. Ich schmeiß nochmal ein 64er Steck rein. Mach mal dann das ganze Eisen. So, 8 Elektrik-Zeck, oder? Das reicht gar nicht. Wir brauchen viel mehr. Ja, das ist für meinen Vorlauf. Das reicht für... Ich muss ja noch Batterien herstellen. Zinnplatten... Zinn... Zinn... Davon haben wir nichts. Also Zinnkabel als nächstes. Okay. Okay. Lalalalalala. Ist wohl da der FPS-Einbrüche auf? Kein Blunt. Ja, ich hab das gleiche. Ich wollte hier aber nicht drauf hinweisen. Ich hab nur Einbrüche. Keine Legs. Naja, irgendwie so. Ab und zu. Kann nicht sein. Was wollt ihr jetzt machen? Du machst Zinnkabel? Für was brauchst du Zinnkabel? Zinnkabel für die Batterien. Okay. Ne? Äh... So... Das brauchen wir. Genau. Der Generator. Genau. Ich brauche Zinnplatten. Einen Ofen. Ich kann dir schon mal ein bisschen Ofen kraften. Dass du willst. Ja, klar. Dann brauche ich nur noch diesen Basismaschinenhülle. Ja, da brauche ich Covis und... Hahaha. Haben wir im AE-System. Wie viel? 800. Okay. Das ist ne Zinnplatte. Die kann ich rausnehmen. Hey, hey! Ich war erst dran. Das sagt doch ein Ton. Du, ich geh rüber hier. Ich stehe die ganze Zeit da und jetzt werde ich hier weggemobbt. Das geht ja gar nicht, ne? Anyway, was hast du dazu? Ich hör mich daraus. Na klar, nö. Sehr diplomatische Antwort. Ach, dann brauche ich diese Blei... Hast du die... Irgendwo reingetan? Was brauchst du? Die... Äh, Ding... Äh, die Eisenplatten. Hab ich gerade alle verbraucht. Für meinen... Hier, warte kurz. Hier hast du den Maschinenblock. Was frage ich? Maschinenblock? Was brauchst du denn? Ich platten nicht. Ich brauche die Platten. Ja, das dauert halt ein bisschen. Wie gesagt, der Vorlauf hat halt gerade mal für 20 Sekunden gereicht. Das ist ein neuer Sack, mach mehr. Ja, ich würd ja gerne, aber die Maschine ist halt nicht so schnell. Äh, hier hast du sieben Eisenplatten zum Vorlauf. Ding ist erstmal hier drüben. Hallo. So. So, was brauch ich noch? Glas haben wir, Kohlenstaub haben wir auch genug. Hä? Hä? Kohlenstaub. Kohlenstaub. Mach ich jetzt gleich. Ja, kannst du ja gleich noch ganz in Menge herstellen. Ich glaub nicht, dass ihr etwas gegen Bronzer hättet, oder? Ein bisschen was herstellt. Na, da brauchen wir auch einen Ofen. Da brauchen wir später viel. Yeah, das hat gelangt für einen Ofen. Oh. Ja, Leute, das sieht wohl aus. Ich hab für dich noch was? Ich brauch's nicht, wenn zwei Stück herkommen. Nein, ich hab dir eine Maschinenhülle gebaut. Für was? Äh, für die... Für den Generator. Generator kannst du ja auch bauen. Ach nee, du hast ja keine Zinkkabel, stimmt ja. Alter! Oh Gott, die Zinkkabel kann ich ja wieder reintun in das Armee System. So, da, da. So, Zinkkabel sind drin. Okay, Leute, das war's wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! 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 Ciao!